In diesem Video geht es um den Schwarzkopf 3 Wettertaft Power Haarlack und wie ihr sehen könnt steht er drauf mega stark und die fünfte Stufe ist also eines der stärksten Produkte von Schwarzkopf was Haarlacke bzw. Haarsprays betrifft und das kann eigentlich ganz normal verwendet werden als Haarspray also da muss man gar nichts beachten man schmiert sich das Haarwachs oder Haargel in die Haare und damit das auch ein bisschen wetterfest wird und falls ihr Kapuzen aufsetzen wollt oder so oder falls euch jemand durch die Haare fährt dann sprüht ihr das einfach so direkt in die Haare ich würde damit auch gar nicht geeizen also könnt ihr schon ein bisschen mehr drauf sprühen damit es auch wirklich gut hält und das hat auch ein bisschen einen eigenen Geruch aber der überdeckt den Geruch vom Produkt und das geht eigentlich alles ganz gut und das ist so das was für mich ganz gut funktioniert hat deshalb empfehle ich das euch holt es euch es ist nicht teuer und ja damit macht ihr nichts falsch auf jeden Fall es ist einfach es ist einfach ja da ich sage ich sage